So, herzlich willkommen zurück und wir machen auch direkt weiter. Okay, alles klar, wir müssen... Alles klar. Und mich ist doch keiner, okay, alles klar. So. So, ich hoffe, dass euch die letzte Folge gefallen hat. Und wenn euch das Projekt gefällt, lasst mir einen Daumen um. Und das würde mich freuen. Das könnte unser Maulwurf sein. Sie ist trotzdem ein Risiko. Oh, schön, du bist wach. Es tut mir wirklich leid. Diese Synthoids folgen nur ihren Sicherheitsprotokollen. Der Diebstahl privater Informationen ist ein ernstes Vergehen. Monica, geben Sie einen Moment. Hey, was geht hier vor? Wohin bringt ihr mich? Dorthin, wo es sicher für dich ist. Entschuldige. Ich weiß, ich kann mit meinem holographischen Ich nicht mehr mithalten. Aber es ist ein nützlicher Trick für die Aktionäre. Hehehe. Dr. Taten? In der Tat. Wieso hängst du dich in unsere Server? Ich hab nichts gestohlen. Hast du etwas gesucht? Das Heilmittel vielleicht? Kamala. AIM hat nur vor uns alle von der Willkür der Reichen und Mächtigen zu befreien. In den Händen Einzelner. Ist unbegrenzte Macht gefährlich. Sie ist tödlich. A-Day ist ein Beispiel dafür. Du hast Glück, dass du noch lebst. Aber mit Technologie können wir ihre Fehler beheben. Wir können dir dein normales Leben zurückgeben. Hören Sie, ich hab das Passwort nur erraten, okay? Ich hätte nicht gedacht, dass ich's schaffe. Sie ist gewalttätig. Ihre Infektion verschlimmert sich wohl. Was? Ich wollte doch niemanden verletzen. Natürlich nicht. Aber was passiert, wenn du wieder die Kontrolle verlierst? Hm? Was passiert, wenn du jemanden verletzt, den du liebst? Sogar die Avengers mussten für ihre Hybris büßen. Ähm, waren Sie da? Ich meine, als Cap starb. Waren Sie da? Ja. Ich hatte Glück. Monika fand mich auf der Kommandobrücke. Ihre regenerative Formel war meine Rettung. Komm schon, Kamala. Tun wir's einfach. Ja? Lass dir von AIM helfen. Danke, ich verzichte. Verdammt, George! Schnappt euch das Mädchen, los! Toll, Kamala. Du hattest gerade dein Outing als Inhuman. Du Blöde. Was hast du denn gedacht, ha? Der Resistance beitreten? Eine Heldin werden? Tja, war ein Fehler, ne? Ausfehler. Ich kann nicht mehr nach Hause. Ami, die würde ich in Gefahr bringen. Ich hab's richtig verbockt. Jutta. Die alte Shieldbasis. Die Resistance weiß, was zu tun ist. Ah, shit! Schnell weg hier. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Alles klar. Nimm das! Ich brauche die zusätzliche Arbeiten, Mann! Ob die Roboter, äh, besser sind als die... Was? Stehen bleiben! Kamala, Kam! Leider stehen! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh... Oluisse das gehen. Geh sixpar lap Die Leute... Ich darf nicht nicht mehr um es zu finden. Ich muss deshalb Nein, um es zu finden. Oh Gott, was für das denn ihr Verwäsche? Alles klar! Alles klar! Geh, wo gut ich hin? Geh, wo gut ich hin? Alles klar, alles klar. Kommt noch mehr hier. Äh, wie finde ich es hier? Äh. Ja, das denke ich mir auch gerade. Aua. Aua. Bist du noch hoch, oder? Nee. Alles klar. So, wo muss ich hin? Noch mehr kämpfen. Boah, Pisch. Los, gib mir Rückendeckung, Nakia. Sag, ich bin mit dir aufs Land gefahren. Bye, Jersey. Oh, es ist wie beim planarischen Plattwurm, nur menschlich. Genau. Und alle Erinnerungen des ursprünglichen Subjekts werden gespeichert. 0925 kann wirklich mächtige Energieschübe erzeugen uns. Und das sind mindestens ein halbes Dutzend mit erstaunlichen Feuerfähigkeiten. Wir schaffen uns ein Arsenal. Programmierbare Macht unter unserer Kontrolle. Keine, keine Helden und keine Fehler mehr. Wird Zeit für eine neue Dosis. Mir geht's gut. Sie lagen sechs Monate im Koma. Und davor konnten sie ihren Husten kaum unterdrücken. Noch einige Dosen meiner regenerativen Formel. Und ihre Behandlung ist abgeschlossen. Sie stellen an diesem Denkmal immer noch Kerzen auf. Wäre der Hammer nicht, hätte ich's schon eingerissen. Hören Sie auf damit. Wieso soll die Öffentlichkeit denken, dass sie sich noch um die Avengers sorgen? Meine Leute werden das schon erledigen. Wir müssen Adeptoid starten. Du hast recht. Diese Version ist vielleicht ein bisschen... ...stärker. Ist sie stabil? So ziemlich. Das ist unglaublich! Okay, Gas. Okay, Gas. Dies ist der Anschluss von Yusuf Khan. Hinterlassen Sie eine Nachricht und ich rufe zurück. Hey Abu, ich hab deinen Rat befolgt. Ich bin mit den anderen zu diesem Ferienort gereist. Unglaublich, dass mein Handy hier überhaupt keinen Empfang hat. Ich kann hier tatsächlich nur über diese Telefonzelle jemanden anrufen. Jedenfalls, ähm... Du, du hattest recht, wir haben richtig Spaß. Ähm, ich bin Sonntag wieder da. Ja, ich werde artig sein. Hab dich mehr, Lieb. Okay. Okay. Alle Verschwörungstheorien online deuten auf diese Schlucht als Heimatbasis der Resistance hin. Sie sind meine einzige Chance. Okay. Ja gut, alles klar. Dann gehen wir mal. Und lassen wir uns überraschen. Wenigstens weiß ich jetzt, dass jemand hier draußen war. Ja, nehmt ihr erst mal ein Bad. Typisch. Ich reise quer durchs Land, um Gerüchten nachzugehen. Aber sonst habe ich ja nichts. Was macht Ayn bloß hier draußen? Ja, das ist eine gute Frage. Müssen wir hier lang oder unten lang? Ich glaube, eher ein schlechtes. Au. Okay, alles klar. Die Resistance. Hier müssen sie sein. Es muss so sein. Oh nein. Ayn hat sie zuerst gefunden. Jetzt muss ich mich wieder kloppen. Oha, ich habe schon wenig Leben. Okay. Alles klar. Ich habe schon ein bisschen sehr wenig Leben. Schnell rein hier. Okay, ich muss sowieso sehr gut kämpfen. Alles klar. Was haben wir hier? Eine gute Frage. Nein. Einige müssen entkommen sein. Sie müssen hier irgendwo sein. Nein. Vielleicht könnten sie fliehen, bevor. Ja, ist die Frage. Wo muss ich jetzt hin gehen, ja? Ach so, das ist ein... Ah, Fragment. Ja, perfekt. Ich muss weitersuchen. Alles klar. Auch die Grafik hier, mega geil. Ohne Scheiß. Haben sie richtig mega gut hingekriegt. Ich muss nach oben, um zu sehen, wo ich bin. Ja, dann gehen wir mal nach oben. Sei nicht böse, Abu. Ich vertrete mir nur die Beine. Aua. 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 Okay, dann gehen wir weiter nach oben. Meine Eltern würden ausflippen, wenn sie mich hier sehen könnten. Ich flippe ja selber aus. Das kann doch nicht. Die Chimera. Ich habe sie gefunden. Ich kann es nicht glauben. Okay, das sieht schon geil aus, aber richtig geil. Mega geil. Aber ich würde auch sagen, dann ist die Folge auch jetzt schon wieder beendet. Und wir sehen uns im nächsten Mal. Ich hoffe, euch gefällt es. Und wenn es euch gefällt, lasst mir ein Like da oder schreibt mir einen Kommentar. Ich würde mich freuen. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.